Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video geht es um das Thema Problemlösen mit der Binomialverteilung. Das ist schon Teil 4 von meiner kleinen Videoreihe zu diesen Textaufgaben. Wenn du die anderen verpasst hast, findest du unten in der Videobeschreibung noch einen Link. Und dort findest du eine Playlist auch mit allen anderen Videos, die ich zum Thema Stochastik gemacht habe. Lohnt sich auf jeden Fall, diese Playlist nochmal durchzuschauen, wenn du da noch unsicher bist. Aber heute, wie gesagt, Variante 4 und ich blende dir zunächst mal die Textaufgabe ein. Ein idealer Würfel wird 50 Mal geworfen. Wenn man mindestens K Sechsen würfelt, erhält man einen Gewinn. Also wir stellen uns die Situation vor, du darfst 50 Mal würfeln und ich sage dir, wenn du mindestens 10 Sechsen würfelst, bekommst du einen Gewinn. Oder mindestens 20 Sechsen, bekommst du einen Gewinn. Also dieses K ist noch nicht bekannt, aber ab diesem Wert bekommst du eben deinen Gewinn. Wie groß muss K mindestens sein, damit man mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 10% einen Gewinn erhält? Also was passiert mit einem sehr geringen K? Wenn ich sage, bei 50 Mal werfen, wenn du eine 6 hast, bekommst du einen Gewinn, dann wird die Chance recht hoch sein, dass du gewinnst. Wenn ich sage, du brauchst 40 Sechsen bei 50 Würfen, wird die Chance recht klein sein, dass du gewinnst. Und wir wollen die Chance jetzt, oder dieses K, wollen wir so wählen, dass deine Gewinnwahrscheinlichkeit höchstens 10% beträgt. Was ist gegeben? N gleich 50. Wir werfen 50 Mal, wir würfeln 50 Mal. Die Trefferchance bei einem Wurf ist ein Sechstel. Es gibt ja 6 Zahlen auf dem Würfel und eine davon ist eine 6, also ein Sechstel. Dann wird ja die Anzahl der Sechsten gezählt. Das heißt, unser großes X, was wir immer brauchen, das zählt in dieser Aufgabe die Sechsten. So. Was soll jetzt hier passieren? Das, was wir zählen, soll mindestens K sein. Ja, also wir wollen, dass unser Groß X größer gleich K ist. Ja, mindestens K Sechsen sollen gewürfelt werden. Darum geht es. Dann hast du gewonnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren soll, also P, Groß P von Groß X größer gleich K, die soll höchstens 10% betragen. Also die soll kleiner gleich 0,1 sein. Höchstens 10%. Wenn du das schaffst, das so aufzuschreiben, ist schon ein großes Stück der Arbeit geschafft. Jetzt müssen wir wieder umformen. Im Taschenrechner werden wir immer kleiner gleich benutzen. Hier steht aber noch größer gleich. Das kann zumindest mein Taschenrechner hier so nicht verarbeiten. Also formen wir das Ganze um. Wir gehen über das Gegenereignis wieder. Also die Wahrscheinlichkeit von Groß X größer gleich K kannst du ausdrücken als 1 minus P von Groß X kleiner gleich K minus 1. Wenn dir dieser Umformungsschritt noch schwer fällt, schau noch mal das Video zu den kumulierten Wahrscheinlichkeiten an. Findest du auch unten verlinkt in der Playlist. Und da werden dir diese Umformungen noch mal genauer erklärt. Wir schreiben den Rest ab. Kleiner gleich 0,1. So. Wir könnten das einfacher schreiben. Einfach 1 minus, ich nenne es mal X, ist kleiner gleich 0,1. Also das, was wir hier abziehen, steht jetzt hier als X. Was müsste das X sein, damit wir 1 minus X kleiner gleich 0,1 erhalten? Also wie viel müssen wir von der 1 abziehen, damit das Ergebnis kleiner gleich 0,1 ist? Ja, das, was wir abziehen, muss Größe gleich 0,9 sein. Also wir müssen von der 1 mindestens 0,9 abziehen, damit das Ergebnis kleiner gleich 0,1 ist. So, jetzt haben wir was mit kleiner gleich, was unser Taschenrechner verarbeiten kann. Wir könnten jetzt verschiedene Werte ausprobieren. N gleich 50 ist ja gegeben. P ein Sechstel ist auch gegeben. Bei meinem Taschenrechner steht es nicht K, sondern beim Eingeben so ein kleines X. Also ich kann kurz zeigen, ich habe diesen Taschenrechner. Ist jetzt leider spiegelverkehrt. TI 30X Plus, falls du den auch hast, kannst du es genauso machen, wie ich es mache. Falls du einen anderen hast, musst du eben nochmal googeln. Die Handbücher und so findet man ja alle online, wie genau du das da eingeben musst. Also wir könnten hier verschiedene Werte ausprobieren. Über Binomial CDF. Ja, es geht bei mir über Second Data, dann eins nach rechts und dann kommen solche Funktionen. Da ist unter anderem Binomial CDF drin. Und dann probierst du einfach Werte aus, bis irgendein Ergebnis rauskommt, was größer gleich 0,9 ist. Also sowas wie 0,95 zum Beispiel. Und dann versuchst du dich so ranzutasten. Bei welchem Wert funktioniert das gerade so noch nicht? Also bei welchem Wert kommt noch 0,8 irgendwas raus? Und ab welchem Wert funktioniert das? Und das wäre schon dein Ergebnis. Und wenn du es ein bisschen schneller machen willst, gibt es bei dem Taschenrechner auch noch, wenn du hier auf Data drückst, so eine Listenfunktion. Ja, ich kann es dir jetzt schlecht zeigen, wenn es spiegelverkehrt ist. Aber kannst du jetzt mal ausprobieren und dann kommen drei Listen. L1, L2, L3. Wenn da irgendwas drin steht, alles einfach löschen über Delete. Und dann kannst du in L1 einfach verschiedene Werte eintragen. Und diese Werte, zeige ich dir dann gleich, probiert der Taschenrechner dann einfach für das kleine x oder das k hier aus. Da musst du nicht mehr jedes Mal einzeln ausprobieren, sondern kannst sagen, probiere mir diese zehn Werte mal aus. Es gibt auch noch bei Binomial CDF diese All-Funktion. Dann probiert er ganz viele Werte aus. Das geht aber nur bis zu n gleich 49. Hier habe ich jetzt extra n gleich 50 gewählt. Dann geht es über All nicht mehr, sondern bei Binomial CDF über die List-Funktion. Wenn du da auf Liste drückst oder List steht da irgendwo. Und dann kannst du sagen, okay, nehme diese Werte, die du vorhin auf Data in die Liste 1, also L1, gespeichert hast. Probiere oder rechne für diese Werte die Wahrscheinlichkeiten aus. Und gib mir die dann in L2, also in Liste 2, die Ergebnisse aus. Und dann kannst du einfach schauen, ab welchem Wert wird das Ergebnis größer gleich 0,9 sein. Aber wie gesagt, wenn du das mit den Listen jetzt nicht hinkriegst, machst du es einfach quasi von Hand für einzelne Werte. Ein bisschen klug probieren, hin und her und immer wieder notieren, bist du schon drüber oder noch nicht. Dann dauert es ein bisschen länger, aber ist auf jeden Fall machbar. Und dann müsste, ich schreibe jetzt mal weiterhin dieses kleine x, da müsste ab dem Wert 12 das funktionieren, dass hier was größer gleich 0,9 rauskommt. Und bei dem Wert 11 geht es noch nicht, ja. Also 12 ist hier das Ergebnis, aber aufpassen für k-1. Also k-1 wäre 12. Diesen Wert hast du durch probieren gefunden. Wir formen noch um, plus 1, dann haben wir k gleich 13. Das wäre die richtige Antwort. Du musst also, wenn du willst, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 10% gewinnt, 13 solche 6 verlangen. Bei 50 Würfen, ja, ist schon ganz schön viel. Bei 50 Würfen 13 mal die 6 zu bekommen, musst ein bisschen Glück haben. Und wie gesagt, in höchstens 10% aller Fälle wird das funktionieren. So viel zu diesem Thema. Wenn da noch was unklar ist, schreibt mir wieder in die Kommentare. Grüße gehen auch raus an Ronny Rosteimer. Der hat mir hier in den Kommentaren geschrieben. Der macht nämlich morgen sein Vor-Abi. Und ich drücke dir die Daumen, wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, das Video kommt gerade noch rechtzeitig heute Abend. Und ja, ihr seht, ich lese die Kommentare. Ich versuche euch zu helfen. Alle anderen, die das hier schauen, abonniert den Kanal. Das hilft mir. Und kostet euch nichts. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.